Vielleicht werdet ihr auch noch unsere Rücklichter sehen. Viele Chancen habt ihr nicht. Gegen uns gibt es auf jeden Fall nichts zu holen, wir machen sie platt. Moin Männer, schön, dass ihr bei der Extraschicht dabei seid. Heute steht das zweite Halbfinale an, Fußball-Biathlon. Ihr fahrt zunächst mit einem ferngesteuerten Amarok um die Wette. Der Sieger erhält für das anschließende Schießen auf die Biathlon-Zielscheibe den Joker-Ball, der einen normalen Ball ersetzt und als Treffer doppelt zählt. Wer mit den fünf Schüssen mehr Treffer erzielt, gewinnt den Durchgang. Bei Gleichstand wird die Runde als unentschieden gewertet. Im Finale warten Eddy und Genki und jetzt Schichtbeginn. Das ist natürlich ... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hey! R-Ref! Aber auch da wieder, da muss doch mal was kommen. Pfeifst du wieder in der ***? Oh mein, ich bin in der T-Tur. Pfeifst du? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Gute Kobi! Hey! Warte mal hier! Jiri, was mit dir denn los ist? Sorry! Pfeifst! Ah, ok! Aaaaah! Gute Mikro! Pfeifst! Pfeifst! So, so! Halb! It's not full! Natürlich nicht! Oh oh! Komm, Mikko, let's be back! In der Mitte! Oh! Das gibt's ja nicht! Gut, Gobi! Hey, weg! Was machst du denn? Hey, hey! Hey, hey! Was denn? Fusskoppi! Woo! Too easy! I do it, yeah? Ganz chill! Ja, Bruno! Ja! Oh! Der war gut! Hauptsache hart, Bruno! Ja, genau! Das war dein bester bisher! You need it! I told you! Für einen Verteidiger ganz okay! Oh my God! I lost to goalkeeper! Die Platzverhältnisse waren nicht ganz so gut für uns, würde ich mal sagen! Good race! Very close, yeah! Schauen, was wir machen müssen, aber ich glaube, vor denen brauchen wir uns auch nicht verstecken!